Präsentiert von Enfos Tag TV und Geco Ammunition. Moin und Weidmannsheil, auf der IWA 2022 bin ich jetzt am Ammo-Tec-Stand angekommen, zusammen mit dem Martin. Martin, grüß dich. Grüß dich, Keno. Wir haben hier in der Hand ein Produkt, über das wir schon geredet haben auf der Messe, von MDT. Aber da drin steckt ja noch was viel Schöneres, nämlich eine Rösler Titan 6 Tag. Berichte einmal kurz ein bisschen, ihr als Hauptvertriebpartner für Rösler seid natürlich der zentrale Ansprechpartner, wenn es zu Röslerwaffen hier in Deutschland kommt. Genau, wir haben hier jetzt die Rösler Titan 6 Tag im Trendkaliber 6.5 Creedmoor ausgestellt. Kommt direkt mit verstellbarem Schaft, klappbar, bocksteifes Chassis und direkt mit 20 Moor vorgeneigter Schiene. Perfekt für Longrange-Schützen. Genau, so sieht es aus. Und um die Transition gleich zur RWS-Munition zu machen, die Target Elite Plus habe ich aus der Waffe ja selber auch schon oft getestet. Gute Erfolge mit erzielt. Für mich eine der präzisesten Waffen aus Fertigung, nicht komplett made in Austria. Die Läufe zum Beispiel kommen aus deutscher Traditionsfertigung. Ist richtig soweit, ne? Genau, alles richtig. Die Target Elite Plus ist quasi Match-Munition in Handladequalität. Geht perfekt in Kombination mit der Rösler Titan 6 Tag. Genau, aber Rösler ist ja eben nicht nur bekannt dafür, Tactical Rifles zu machen, sondern auch alle Varianten mit Holzschaft, mit Kunststoffschaft, mit Carbon-Schaft. Welche Kaliber habt ihr da grundsätzlich bei Rösler, also von der Kaliberpalette im Angebot? Wir haben alle Standard-Kaliber von Mini 223, 222 über die Standard-Kaliber 308, 8,57 und so weiter bis zu den Magnum-Kalibern 300 Win Mag und 7 mm Rem Mag. Ja, also die gesamte Standard-Kaliberpalette, die wir hier in Zentraleuropa benötigen, ist im Sortiment. Und das in ganz vielen Varianten, wirklich von Tactical über traditionelle Jagdwaffe mit verschiedenen Lauflängen ja mittlerweile auch möglich. Wer sich dafür interessiert, muss sich an wen wenden? Einfach online suchen nach Rösler Titan 6. Da gibt es dann auch einen Online-Konfigurator, wo man seine Waffe persönlich, wie man sie haben will, zuschneiden und konfigurieren kann und dann über den Fachhandel bestellen. Großartig, also ich kann meine Wunschwaffe im Internet bauen sozusagen, gehe zu meinem Fachhändler und sage hier, das ist die Konfiguration, bitte bestellen. Ihr managt alles, dass es beim Händler ankommt und ich habe dann meine selbstkonfigurierte Jagdwaffe direkt zu Hause bei mir oder beim Händler dann zum Abholen. Martin, ganz herzlichen Dank für den Einblick zum Thema Röslerwaffen und ich wünsche dir noch eine erfolgreiche Messe hier auf der IWA 2022. Danke Keno, dir auch. Vielen Dank und auch euch ein herzliches Dankeschön, bis zum nächsten Video. Das war's für heute.